Und weiter geht's. So, ok. Müsste jetzt 10 sein, Folge 10. Ok. Also, wir haben gemerkt, also ich werd's bei nächster Gelegenheit nochmal mit Stealth probieren. Weil ich das eigentlich viel angenehmer finde. Das lassen wir lieber. Oder? Wow. Die brennen ja gar nicht. So, ok. Was liegt da, was liegt da, was liegt da? Ok, wir sind richtig. Es wird gespeichert. Law Gift App ist gespeichert. Sagt mal bei uns der Hemd. Sagt mal bei uns der Hemd. Ich hab das nie gelernt. So. Äh. Ok. Ich fand's halt mit Pavel insgesamt. Sollen wir da wirklich durch? Oh, oh. Ok, ich verstehe. Etagenwechsel. Hä? Ok. Nicht schon wieder. Moment mal. Artyom, bist du das? Hä? Hä? Was? Ich bin daheim? Aaaaah! Ich wollte unter meinen alten Bekannten André den Waffenschmied einen Bericht an den Orgen schicken. Zumindest wird Mela wissen, dass ich noch lebe. Dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe. Aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. Geil. Das Spiel ist schon toll. Ich versage ein bisschen. Es geht ja voran. Ich, ich mogel ja nicht. Ich hätt's gern Stealth gespielt, aber naja. Dann mal heiße. Ja, komm. Zack. Oh ja. Noch einen Speicherpunkt. Oh. Du steckst ernsthaft in der Kleine, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde. Und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Ja, es gibt keinen direkten Weg. Hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Die Kirche in den Sümpfen. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Kann ich hier irgendwas tun? Was mich betrifft. Ich habe mein Leben heute Abend. PUBG, Spieler. Äh. Ja. Und da ist er wieder. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten von Kuznetski Mosk. Das ist doch sehr geil. Und auf der ganzen roten Linie. Ja. Komm her, Abtyom. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die roten Bauern? Also, wir haben auch etwas gebaut. Aus dem Zeug, das die Flüchtlinge uns bringen. Hier. Sieh dir mal. Ja. Ja. Dieses Baby ab. Die Jungs haben mir sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Da könnte man sich reinsetzen. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Ja. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten. Also, nimm sie. Wir haben auch Leute in Venedig. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Specht und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Was haben die mit Venedig? Wir sind in Russland. In Ordnung. Motor starten. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du musst los. Es ist ein langer Weg. Du solltest keine Zeit vergeuden. Danke für viel Glück. Ich werd gucken, was ich machen kann. Ach ne. Ach ne. Ich aber ne. Ach ne. Ähh. Lieber. Nein. Wer bittest du? Ja, aber nahm es davon stehen. Da vorne liegt. Okay. Ich denk mal auf ne schwierigeren Stufe wär ich jetzt schon tot, aber ich schliess nicht ein einziges Mal, wenn ich mich nicht schliess. Ja. 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 Ich hab mir fast sowas gedacht. Alles klar. Mhm. Ja. 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 λ Ich hab das Personal gemacht. Woah! Alter Gott! Oh mein Gott! Hey! So, hier passiert mir erstmal nichts, die Frage ist, das dachte ich mir, so, lass mich raten. Und nochmal zurück, finde ich das, ja, wie finde ich das, klasse, finde ich das. Da haben wir schon gut geholzt. Da ist Licht, da kommt wer her. Ja, ja, hier ist auch Licht. So, ist hier schon geöffnet, nein. So, na, was ist das für du da aus? Was? Warum? Ah ja. Jetzt soll er halt so schnell. Ja, ja, ich werde fahren. Oh, fuck. Ah, tschüss. Nein. Nein. So, was noch? Was ist das? Wow. Das sind Flüchtlinge. Die kommen hier nicht mehr weiter. Kommen wir hier irgendwie rein? Nein. Nein. So. Ich hoffe, dass es irgendwie richtig ist. Ich habe nicht gespoiert. Nichts. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Geht das was? Ich probier's. Alter. Alter. Da bin ich schon wieder im Pack. Da bin ich genau in die falsche Richtung. Da bin ich schon wieder. Da bin ich schon wieder. Das ist super. Ist da irgendwas? Nein, das machen wir nicht. So, hier geht nichts. Geht hier irgendwo was direkt hier? Nein. Äh, hallo? Das überlebe ich nicht. Nein. Fuck. Ja, das war falsch. Aber schnell. Na komm. Oh ne, komm. Ja toll, jetzt speichert er da was. Ich bin doch tot. Äh, Leute, nicht schon wieder. Aha. Das ist doch Quatsch. Ähm. Leute, ihr wollt mich doch verarschen. ... 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 So, müssen wir mal noch mal sowas machen, ja? Na ja, gut, komm. Ja, komm, jetzt. Du steckst ernsthaft in der Klemme, Mann. Aber ich kann dir helfen. Ich habe Freunde, und die haben Freunde, die alles, was du mir sagst, an deine Leute vom Orden weiterleiten können. Ja, ja, ja. Jetzt musst du also nach Hause. Zur Polis zurück. Richtig. Ja, es gibt keinen direkten Weg, hier ist alles abgeriegelt. Aber ich glaube, der Orden hat in der Nähe an der Oberfläche einen Außenposten. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Probiere es dort. Wenn wir deinen Leuten etwas mitteilen können, dann treffen sie sich vielleicht dort mit dir. Ja, geh. Bitte. Was mich betrifft, ich habe mein Leben neu begonnen. Habe Kusnetsky-Most verlassen. Ja. Die Roten haben die Station völlig unterworfen. Rein da. Suchen nach Verrätern und Spionen. Aha. Schicken Leute in Lagern. Hier ist nichts, hier habe ich schon geguckt. Alles wegen des bevorstehenden Krieges. Die Leute flüchten, Fokusnetsky-Most und aus der ganzen Roten Linie. Hast du den gepanzerten Zug gesehen, den die Roten brauchen? Den habe ich gesehen, den habe ich eben schon bestätigt. Ja, habe ich. Wir haben auch etwas gebaut, was dem zeigt, dass die Flüchtlinge uns bringen. Hier, sieh dir mal. Dieses Baby ab. Die Jungs haben ihr sogar einen Namen gegeben. Katharina. In sie kann man sich nur verlieben. Richtig. Boah. Sie hat beim Transport von Flüchtlingen gute Arbeit geleistet. Aber Teufel auch. Man kann nicht jeden retten, also nimm sie. Ja, ich würde nimm sie. Wenn du dorthin kommst, suchst du nach Spächt und sagst ihm, wo du unser Baby zurückgelassen hast. Klettere rein. Mach ich. Dankeschön. In Ordnung. Motor starte. Wir basteln noch an ihr. Daher ist die Steuerung nicht perfekt. Aber die Lichter sind erste Klasse. Super. Spinnwanzen brauchen wir nicht zu fürchten. Und in den langen Tunnels gibt es viele davon. Du. 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 So. Wir können jetzt gerade nichts durch. Ja. Falsche. Nein. Was mal schauen. Was ist Texaco? Ah, das ist gut. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Warum? So, noch mehr. So, noch mehr. So. Okay. So, noch mehr. Ja, ich weiß noch, wie's geht, dude. Hey. Okay. 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 Hat sich trotzdem gelohnt. Ich find's zwar nicht mehr raus, aber... na, 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 na... Ich find's nicht aus. Wow, geil. Mhm. So. So, das war's für heute. So, da wird's nicht rein. Okay. So, das war's für heute. 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 Okay. 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 So, das war's für heute. Okay. So, das war's für heute. 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 Jetzt. Na? Komm jetzt. Ja, wer ist denn, wenn du mal stirbst? Sag mal. Oh, Mann. Okay. Ich kann mich interessieren, hier ist hell. Was ist denn? Ja, ja, ich komme ja. Was ist denn? Stirb. Stirb. So, still der Bart, kommen wir da durch. Hauen wir da durch. Den kann man nicht, wir gehen einfach da raus. Ja, ja. Okay, so viel zu falsch. Naja, wenigstens die Seite gewechselt, so. Was bestanden. Jetzt schon. So. So. Okay, wieder nur vier Minuten, also in vollen. So, wir fahren jetzt gleich diese Richtung. Das war schön schnell. Jetzt, 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 ja. Zwar nicht bis zum Ende, sondern bis zu dieser Durchgangs-Karriere-Sefahrt. Nämlich. Okay. Das war's, oder? Okay, wir fehlen doch. Oh, fuck. Na, warte. Das war's, oder? Da wär's gewesen. Ich pack's ja gar nicht. Oh, Mann. Ja. Da rasen wir jetzt mal ein bisschen durch. Oh, nein. Jetzt geht das wieder los. Oh, was sind das für Waffe? Ach, egal. Mhm. Okay. Okay. Ich dachte nur sowas. Ich kann doch irgendwas, wo wir ran können. Oh mein Gott. Ich hab... Wenn ich jetzt wüsste, wo es weitergeht... Hä? Oh, ich merk grad, die Folge wird zu lang. So, kurze Aufnahme Stopp. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab...